Fühle dich auf den vorderen Rand der Matte, bring die Füße zusammen, sodass die Zehen zueinander stehen, die Fersen leicht voneinander entfernt und dann richte deinen Körper aus. Aktiviere deine Wand aus Beckenboden, zieh nach innen und oben, untere Bauchdecke mit dem Nabel zieht, nach innen und leicht nach oben, Mula-Banda und Udiana-Banda. Die Schultern locker, Schultern leicht nach hinten gerollt, die Arme gestreckt und entspannt, die Schultern breit, Brustbein leicht angehoben, Ohren und Scheitel leicht nach oben ziehen, ebenfalls die Mundwinkel leicht nach oben ziehen. Einen Moment verweilen, vielleicht mit geschlossenen Augen, halb oder ganz geschlossen. Die Atmung, schön langsam umstellen, nach der Atmung durch die Nase, sodass du verbunden atmest, ohne Pause zwischen Einatmen und Ausatmen und Ausatmen und Einatmen ebenfalls miteinander verbinden. Also alles in einen Fluss, tiefe, lange und ruhige Atemzüge. Öffne dann deine Augen, Bewegung und Atmung sind miteinander in Verbindung, koordiniert miteinander mit der Einatmung, bringst du die Hände nach oben, Ausatmen, vorne überrollen, bleiben wir mal ein paar Atemzüge, vertreten uns kurz die Beine. Einatmen, streck dich ein bisschen nach vorn, zieh das Brustbein nach vorn, auch den Blick leicht nach vorn. Ausatmen, nochmal tief herangehen, mit der Einatmung wieder nach oben aufrichten, die Hände mit hinauf legen und mit der Ausatmen, die Arme zur Seite. Wie aus der Sonne, mit der Einatmung komm nach oben, mit der Ausatmung vorne überbeugen. Einatmen, streck dich nach vorn, ausatmen, steig zurück in die Planke, in den hohen Stütz, bring dann die Knie als erstes am Boden, Blick nach vorne und dann langsam Becken voraus, den Oberkörper abholen, Füße hinten ausstrecken und Zehen zusammen. Komm dann langsam mit Einatmen in die kleine Kuba, die Schultern kommen etwas höher und halte die Position für ein paar Atemzüge. Schau, dass die Kraft aus dem Rücken kommt, so dass du jederzeit die Hände abheben könntest, ohne dass die Position sich verändert. Gut, wir machen einen Übergang zum Herabschalten. Komm über die Knie nach hinten, steh die Füße wieder auf die Zehen, schieb erstmal weit nach hinten. Schau, dass das Gesäß Richtung Fersen kommt, dass die Stirn Richtung Boden kommt. Von hier aus, mit gestreckten Armen, kannst du den Übergang in den herabschalenden Hund machen, die Füße vielleicht ein bisschen nach vorne holen, auch die Füße in den richtigen Abstand setzen, also eine Hand breit, Luft zwischen den großen Zehen, die Schultern breit und auch hier wieder ein paar Bewegungen, um den Körper aufzuwärmen. Zum Beispiel abwechselnd Knie beugen, Bein strecken. Gut, Bewegung zur Ruhe bringen, dann die Fersen heben, die Knie beugen, Blick nach vorn und jetzt schwimmen wir ein, zweimal nach vorn und kommen dann mit dem Schwung mit den Füßen nach vorn, zwischen die Hände stehen, die Füße gleich wieder zusammen, Blick nach vorn, langer Rücken. Ausatmen, tief heran dehnen. Einatmen, komm hoch, nimm die Hände mit hinauf, Blick zu den Daumen und aus, die Arme wieder seitlich. Ein nach oben, raus, vorne überbeugen. streck die nach vorn, wieder einatmen, streck wieder in die Flanke zurück, wieder ausatmen. Komm wieder mit den Knie voraus, nach unten und dann mit dem Becken, Blick nach vorn, Oberkörper langsam abrollen, Füße nach hinten. Dann die Hände wieder unter den Schultern platzieren und jetzt gehen wir zuerst in die kleine Kobra und drücken dann die Hände durch in den aufschauenden Hund. Füße umlegen und auf diesem Weg in den herabschauenden Hund kommen. Auch hier eine kleine Variation, stell die Füße zusammen und streck dein rechtes Bein einfach nochmal senkrecht nach oben, winkel das Bein an, dreh das Knie hinauf und dann die Schultern wieder nach unten. Blick zum Fuß am Boden. Seite wechseln, komm mit der Ausatmung runter und mit der Einatmung zur anderen Seite hinauf. Schultern wieder nach unten drehen, Blick zum Fuß am Boden. Kraftvolle Position, dreibeiniger Hund. Langsam wieder nach unten kommen, Füße wieder ein bisschen auseinander stellen, Fersen heben, Knie beugen, Blick nach vorn und dann komm wieder mit dem selben Schwung nach vorn zwischen die Hände, Füße zusammen. Blick nach vorn, langer Rücken, ausatmen, tief heran dehnen. Einatmen, komm hoch, Hände mit nach oben und aus, die Hand ist reichlich. Ein nach oben, aus, vorne überbeugen. Einatmen, streck dich nach vorn, ausatmen, steig zurück und komm tief. Versuch über den Stütz langsam abzusenken. Vielleicht kannst du ein, zwei Atemzüge im tiefen Stütz halten, sonst komm in die Bauchlage. Über die Zehen rollen in den aufschauenden Hund, ausatmen, komm in den herabschauenden Hund. Stell die Füße jetzt etwas breiter und auch die Hände etwas breiter. Tiefe, lange, ruhige Atemzüge. Bring dann die Füße wieder in die normalen Position, auch die Hände und komm mit der nächsten Einatmung nach vorn. Blick nach vorn, lange Rücken, ausatmen, tiefer an den. Komm langsam nach oben, nimm die Hände mit hinab und zieh dann die Hände vor dein Herz in Angeli Mutha. Beuchte die Knie, komm in den Blitz mit der nächsten Einatmung und ausatmen, vorne überbeugen. Einatmen, streck dich nach vorn, steigen mit dem linken Fuß weit nach hinten, setz die Ferse hinten auf, sodass der Fuß schrägig steht. Vorn das Knie ist gebeugt und der Fuß ist immer ein bisschen weiter vorne als dein Knie. Komm mit der nächsten Einatmung nach oben und ausatmen, Hände wieder zurück auf den Boden. Steigen nach vorn mit der Einatmung, ausatmen, heran dehnen, ein nach vorn, aus mit dem rechten Fuß zurück und hoch in der Gliede 1 mit der Einatmung. Ausatmen, Hände zu Boden, einatmen, steigen nach vorn, lange Rücken, ausatmen, heran dehnen. Knie beugen, komm in den Blitz mit der Einatmung und ausatmen, aufrichten, Hände vor dein Herz. Beuchte die Knie, komm in den Blitz mit der Einatmung und aus, vorn heran dehnen. Streckt ihn nach vorn mit der Einatmung, steig zurück mit dem linken Fuß, komm hoch in den Krieger 1, gib die Arme zur Seite, streck die rechte nach vorn, die linke nach hinten, schau kurz zurück und dreh den Kopf wieder nach vorne. Etwas tiefer kommen und dann in den friedvollen Krieger, rühre hinten rein, zieh vorne den Arme. Gut, komm langsam wieder zurück, Krieger 2, warme seitlich, Hände nach oben und ausatmen, Hände nach unten, steig vor mit der Einatmung und ausatmen, heran dehnen. Einatmen, streck dich nach vorn und rechts zurücksteigend mit der Ausatmung. Komm hoch mit dem Einatmung und aus, die Arme seitlich. Drehe den linken nach vorn, schau über die rechte nach hinten, drehe den Kopf wieder nach vorn, komm tief in der Ausatmung. Hinten das Bein berühren, vorne hochziehen, friedvolle Krieger und langsam wieder zurück. Krieger 2, Arme seitlich, mit der Einatmung nach oben, mit der Ausatmung nach unten greifen. Vorsteigen mit der Einatmung und ausatmen, tief heran dehnen. Burg die Knie, komm in den Blitz mit der Einatmung und ausatmen, langsam aufrichten. Gut. Komm in die Mitte, dein Atem. Stell die Füße Hüftbreit, Ellbogen nach hinten, Blick und Brust beinheben, ausatmen, vorn heran dehnen. Bring die Hände auf deine Schienbeine oder etwas höher oder zu den Fußgelenken oder fast die großen Zehen. Streck die mit der Einatmung nach vorn und mit der Ausatmung etwas tiefer heran dehnen. Wenn du so tief hineingehst, dann dreh die Ellbogen nach außen, streich die Knie bei Bedarf, Blick nach hinten, Kopf locker hängen lassen. Einatmen, streck die noch vorn, ausatmen, Hände, Hüfte und mit der Einatmung langsam aufrichten. Komm nach vorne für den Übergang zum Sitzen. Mit der Einatmung die Hände nach oben, ausatmen, vorne überwollen. Einatmen, streck dich noch vorn, ausatmen, streck zurück, Hund tief, ein aufschauender Hund, ausatmen, herabschauender Hund. Bleiben wir kurz mit dem herabschauenden Hund und bereiten uns vor für den Übergang zum Sitzen. Wir bringen dann die Knie nach vorn, jeweils das Knie zum Handgelenk, die Unterschenkel verkreuzen und dann Hände nach hinten zurücksetzen, nach vorne ausstecken. Gut, komm in den Start, gib dir deine Hände links und rechts von deinem Becken, zieh die Zehen herbei, schieb den unteren Rücken nach vorn, das Brustbein ein bisschen höher, Schultern zurückholen, Kinn absenken, Ohren hochziehen. gut, Blick gerade aus, hol dir dann dein rechtes Knie heran, stell den Fuß auf die Ferse und greif mit der linken Hand diagonal um den Fuß herum und schnapp dir die Fußaußenkante vom rechten Fuß. Dann bringst du dein Fuß etwas höher, gibst die rechte Hand hinten mittig auf den Boden, vielleicht mit Fingerstand oder Handfläche am Boden. Streckst dann dein Bein etwas mehr, bringst es etwas höher, drehst die rechte Schulter nach hinten, schaust über die rechte Schulter zurück und auch den Blick nach hinten. Wenn du machst, hebst du hinten den Arm hoch, bringst den rechten Arm wackel. Schau, dass du mehr und mehr deine Wirbelsäule in die Senkrechte kriegst. Wenn du mehr nach hinten kippst, dann stützt die Hand lieber hinten ab. Wenn du gerade sitzen kannst, dann bleib gerade. Schau, dass deine beiden Sitzglocken Bodenkontakt haben und wenn möglich gleich viel Gewicht am Boden tragen. Ich komme langsam nach vorne. Schnappen uns jetzt den Fuß mit beiden Händen, also umgreifen. Das Knie rechts dreht nach außen und wir bringen den Fuß etwas näher und etwas höher heran, um ein bisschen Flüftöffnung zu üben. Wir zielen mit der großen Zehe Richtung Stirn. Und mit dem Fuß Richtung Oberkörper, Richtung Gesicht. So ungefähr. Je höher und je näher, desto intensiver wird die Dehnung. Schau, dass dein Rücken sich nicht allzu sehr rundet in der Position. Beim langen Bein immer die Zehen herangezogen lassen. Gut. Wir lösen wieder, bringen den Fuß zurück am Boden und recheln die Seite. Linkes Knie heranholen, aufrichten. Dann greifst du mit der rechten Hand den linken Fuß an der Außenkante, bringst die linke Hand nach hinten, Sehen heranziehen beim langen Bein und kommst wieder in diese Dreh- und Dehnposition. Mit der Einatmung kannst du dich aufrichten, mit der Ausatmung drehen und über die linke Schulter nach hinten schauen. Wenn der Oberkörper senkrecht ist, dann gerne wieder den Arm hinten wauchrecht ausstrecken. Atmen. Mit der Einatmung immer die Länge betonen, mit der Ausatmung in die Drehung kommen. Die Wanders immer gut anspannen, also mit 10 bis 20 Prozent der Vollkraft. Aktivierst du Beckenboden und untere Bauchdecke, wie am Anfang beschrieben. Kommt dann langsam wieder nach vorn. Greif um, nimm dir deinen Fuß in beide Hände, das Knie geht nach außen, der Fuß kommt hoch und mittig an den Körper heran. Immer wieder die Ferdelsäule aufrichten, Sitzknochen beachten. Je höher du kommst mit dem Fuß und je näher du kommst, umso intensiver wirst du diese Dehnung wahrnehmen. So, dass du selber gut dosierst, sei achtsam mit deinem Körper. Wie immer gut drauf aufpassen, dass es ein angenehmes Dehnung ist. Okay. Wir lösen dann auch das wieder und schütteln mal kurz die Beine aus. Dann holst du wieder dein rechtes Knie heran, bringst den rechten Fuß auf die linke Seite rüber. Wir gehen in den Drehsitz. Aufrichten vor der Drehung. Dann wickelt der linke Bein ums rechte Bein herum, die rechte schützt hinten auf. Mit der Einatmung in die Länge, mit der Ausatmung in die Drehung. Immer wieder die Zehen beachten, beim langen Bein, mit der Einatmung, Oberkörper lang, mit der Ausatmung, Oberkörperwirbelsäule in die Drehung. Schau mal, ob du fühlen kannst, dass jeder Wirbelskörper an der Drehung beteiligt. Gut. Komm langsam wieder zurück und wechseln die Seiten. Erst aufrichten und lang werden. Sitzknochen am Boden ankommen lassen. Dann mit dem rechten Arten ums linke Bein herum, wirken die linke hinten auf, stützen und wieder Zehen heranziehen, beim rechten Bein. Mit der Einatmung in die Länge, mit der Ausatmung in die Drehung. Schau, dass du mit jedem Atemzug deine Position neu entdeckst, neu einnimmst. Du hast immer ein klein wenig Bewegung drin ist, ein klein wenig Neuanpassung, ein klein wenig Neufinden und Erfinden der Position, in der du gerade drinnen bist. Gut. Langsam wieder nach vorne auflösen, die Beine ausstecken und kurz ausschütteln. Wir kommen dann zur Kräftigung der Bauchdecke, Wumpfmuskulatur, Bauchmuskulatur. Wir gehen in eine erste sanfte Version vom Boden. Wir lehnen uns zurück, die Arme strecken dann nach vorne, den Rücken schön in die Länge schritten. Brustbein ein bisschen ranheben und Schultern leicht zurückziehen, sodass der Rücken gefühlt gerade ist, der Blick nach vorne. Das halten wir jetzt ein paar Atemzüge. Wenn es zu intensiv ist, kommen mit den Händen wieder zurück auf deine Schienbeine. Wenn du etwas mehr Kraft investieren kannst, dann kannst du mal deine Beine anheben, gehen ins Halberboot und mit Unterstützung deiner Arme langsam schauen, welche Dosis an Kraft du heute investieren magst. An dieser Stelle. Wenn du die Arme streckst, wird es ein bisschen intensiver. Wenn du die Beine streckst, bist du in der Vollversion. Und dazwischen gibt es noch die Möglichkeit, die langen Beine zu unterstützen. Gut. Dann holst du deine Knie heran und streckst deine Wirbelsäule in die Länge als Zwischenübung. Gut. Zweite Runde. Komm gleich ins Halberboot mit Unterstützung. Und wenn du magst, streckst du die Beine aus. Und wenn du magst, löst du die Hände. Schau mal, welche Variante für dich jetzt an der Stelle wirklich passend ist, sodass du gut atmen kannst. Wenn du aufgehört hast zu atmen, fangst du einfach gleich wieder an. Gut. Dann nochmal aufrichten. Wirbelsäule in die Länge ziehen, während du deine Knie mit dem Arm heranziehst, die Beine heranziehst. Und dann gehen wir noch ein drittes Mal ins Boot hinein. Vielleicht magst du gleich ins Vollboot kommen mit dem Arm auf der Seite. Also mit dem Arm nach vorne gestreckt. Und wenn du es ein bisschen intensiver haben möchtest, kannst du ein bisschen absenken. Gibst die Hände nach rechts und kommst auf die rechte Backe. Hebe es kurz. So ein, zwei, drei Atemzüge auf dieser Seite und legst du Stange. Hände rüber auf links und auf die linke Backe kommen. Langsam wieder zurück ins normale Boot. Gerade ausrichten nach vorn. Und dann Füße kreuzen. Machen wir eine kleine Zwischenübung. Hände links und rechts auf den Boden drücken. Becken abheben. Und wieder hinsetzen. Dann schau mal, dass du mit den Schultern nach vorne zu den Knien kommst. Beziehungsweise dann anschließend die Knie anhebst und vielleicht auch nochmal die Hände nach vorne stricken. Wenn beide Übungen gut geglückt sind, versuch mal, beides miteinander zu kombinieren. Kurz mal Becken abheben und wieder hinsetzen. Sehr gut. Beine ausschütteln. Und dann machen wir einen Übergang in die Rückenlage. Echtes Knie heranholen. Linkes Bein ausgestreckt. Runde Rücken. Langsam zurückgleiten. Nimm dein langes Bein als Gegengewicht und komm in die Rückenlage. Beide Knie heranholen. Und ein bisschen links-rechts bendeln. Stell dann die Füße auf, sodass deine Hände zu den Fersen kommen können oder so nah wie möglich. Und lass die Knie zueinander anlehnen. Die Füße machen so ein Art Schneepflug. Das heißt, die Zehen schauen ein bisschen zueinander, die Fersen gehen ein bisschen eher nach außen. Gehört. Von hier aus heben wir das Becken langsam hoch. Das heißt, wir rollen langsam mit dem Steißbein beginnend das Becken auf, heben dann das Becken hoch und versuchen Wirbel für Wirbel für Wirbel für Wirbel die Wirbelsäule abzuheben vom Bogen. Kommen mit dem Becken so hoch, wie es gerade möglich ist. Und wenn das Gewicht angekommen ist, im Bereich der Schulter, dann kannst du es dabei belassen. Oder wer möchte, kann auch noch einen Schritt weiter gehen. Wenn auch immer du merkst, du möchtest wieder ablegen, dann beginnst gleich mit dem langsam ablegen. Schau mal, ob du noch einen Schritt weiter gehen magst. Finger verschränken, Arme strecken, Schultern drunter rollen und mit ein bisschen Druck auf die Oberarme, auf die Ellbogen bringst du auf den Oberkörper noch etwas höher. Stellst die Füße in den Boden, kommst mit dem Becken noch etwas höher in die Schulterbrücke. Gut. Dann löst die Hände und schau mal, ob du Wirbel für Wirbel wieder zurück abrollen kannst. Nach Möglichkeit, ein Wirbel nach dem anderen zum Boden zurückkehren lassen, zum Schluss das Becken und dann die Knie umrahmen, ein bisschen links und rechts hin und her wendeln. Wir breiten die Waage auf die Seite aus, die Knie bleiben herangezogen und wir gehen in die dynamische, seitliche Drehung. Wir beginnen damit, dass wir beide Knie zum linken Ellbogen überab senden, der Blick geht rüber nach rechts. Also Blick ist immer gegengleich. Mit der Einatmung beides hochziehen zur Mitte, ausatmen, Seite rechts, Knie rechts, Blick links. Einatmen, wieder hoch, ausatmen, andere Seite. Einatmen, und ausatmen, andere Seite. im eigenen Rhythmus, im eigenen Atemtempo fortsetzen. Wer ist gern intensiver Art, kann auch mit geschlechten Leinen üben, dann siehst du mit den Zehen in Richtung Fingerspitzen. Und wenn du auf beiden Seiten gleich oft gelesen bist, kommst du in die Mitte zurück, umarmst deine Knie und schaukelst ein bisschen links, rechts, hin und her. Streckt dann nochmal die Beine nach oben, hebt den Kopf an, verschränkt die Hände am Hinterkopf, ziel mit dem Ellbogen nach vorne Richtung Knie. Wir gehen viermal nach oben, mit dem Oberkörper, beim ersten Mal geradeaus, Ellbogen Richtung Knie, langsam wieder absenken mit der Ausatmung. beim zweiten Mal gehen wir rechts vorbei, und langsam wieder zurück. Beim dritten Mal natürlich links vorbei, wieder zurück, einmal noch geradeaus nach vorn, und langsam wieder abliegen. Knie umarm, Hüste links, rechts pendeln, Füße auf den Boden schlägen. Gut, wir kommen zum Abschluss, zur Entspannung. Schau mal, dass wir zuerst die alternative Position zu Shavasana erkunden, die Knie zu zueinander anlehnen, dass es dich keinerlei Anstrengung kostet. Also Anstrengungsgruß. Vielleicht die Füße wieder in so eine Schneepflug-ähnliche Variante bringen. Untersuch die Position, den Abstand deiner Füße, der das am besten und am angenehmsten ermöglicht. Du kannst auch die Hände auf die Bauchdecke liegen. Und mal schauen, ob dir diese Position eine maximale Entspannung ermöglicht, während gleichzeitig dein Rücken vor allem der untere Rücken sich angenehm anfühlt. Das wäre die Alternative zur folgenden Position, zum klassischen Shavasana. Für klassisches Shavasana streckst du die Arme aus, streckst du die Beine aus, lässt die Zehen nach außen, die Füße nach außen kippen, machst die Schultern breit, die Handflächen drehen nach oben, die Daumen schaut nach außen. Und du lässt einfach deinen Körper langsam entspannen. Falls du eine Decke hast oder etwas anziehen möchtest, dann ist jetzt ein guter Zeitpunkt und anschließend suchst du eine von den beiden Schluss- und Entspannungspositionen raus. Entweder Shavasana oder aufgestellte Füße mit angehengten Knien. Dann gibt es nichts mehr zu tun. Schau, dass es dein Körper warm hat. Beim Entspannen immer darauf achten, dass dein Körper die Wärme halten kann. Auskühlen ist eher ungünstig für die Entspannung. So achte darauf, dass du es bequem hast, angenehm hast, wachen hast. Dein Atem fließt natürlich, ohne dass du Einfluss nimmst. Deine Gelenke entspannen und werden bei. Dann gibt es nichts mehr zu tun. Deine Gelenke entspannen courtierende Die Gelenke entspannen des Eingrenke entspannen und werden bei. Dein Atem fließt Untertitelung des ZDF, 2020 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 Für herzliche und klare Gedanken, bringst deine Hände vor den Mund, für freundliche und wahre Worte und bring deine Hände vor das Herz, für liebevolle und gute Tage. Verneigst dich vor dir selbst mit einer kleinen Geste, verneigst dich vor deiner Yoga-Praxis und mit einer etwas größeren Geste verneigen wir uns voreinander und vor der gesamten Schöpfung. Namaste. Vielen Dank. Vielen Dank.